Freigestaltet? Jetzt hier ein Level, wer weiss. Ja, toll. KW ist schon kein Geld, von daher tut das nicht weh. Na ja, wenigstens 10 Münzen mehr als vorher. Oder 11 besser gesagt, 11 Münzen vorher. Okay, 11 Münzen mehr als vorher. Das dürfte noch ein Speziallevel sein, wenn ich mich nicht täusche. Nummer 18. Äh ja, okay. Ich bin sicher so ein Level, wo ich viele Schalt drücken muss. Jo. Oi! Na ja, okay. Noch nicht? Noch nicht. Das ist zwar wieder. Also ein Spiel von mir. Ich bin sicher. Oh, das ist ja. In der Welt Grace. Das ist ja. Ich bin sicher. Ich muss mal die Halle hier kaputt machen. Ah, dann habe ich sie schon mal aufgemacht. Allerdings, das fühle ich ganz schlecht, als muss ich erstmal wieder groß werden und danach muss ich noch zum Wikinger werden, ansonsten komme ich nicht weiter, weil, ja, ich kann dann nicht da durch. Mal schauen, was ich da noch machen können. Vielleicht lässt sich ja noch was holen. Okay, da komme ich so oder so nicht rüber. Also, ja, ich muss das leider nochmal neu machen, wenn ich da den Schlüssel holen möchte. Also, wenn ich da einen Schatz holen möchte, dann muss ich es nochmal neu machen. Also, dann mache ich es leider dann nochmal. Ja, natürlich, zuerst die Tonne, zuerst das Gericht. Dann nochmal. Toll. Nein, wir haben eben noch ein bisschen Geld zurückbekommen. So, da geht es eben nicht mehr weiter, weil es das Speziallevel war. Mach mir das nochmal von vorne. Mach mir das nochmal von vorne. Donuts und Schatz. Ach, Idiot, ich hätte einfach noch weiter zurückgehen können. Mein Gott, ich bin so blöd. Lassen wir erstmal und wir uns dann auf dem Rückweg. Ach, das war nur ein Checkpoint. Ach, Menno. Ach, Menno. Dann machen wir es halt anders. Ach, Menno. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Haben wir das schon mal aktiviert? Gehen wir das jetzt wieder zurück Gehen wir das jetzt wieder zurück Aha Da gibt es eine Leiter Gehen wir das wieder zurück Uh-huh Oh, fixa Oh 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 Arschloch, löse es. Vielleicht hätte ich da doch zuerst einen Schalt herumlegen müssen. Weiß es nicht. So, den lasse ich jetzt erstmal. Obwohl. So, leid, das ist natürlich schon da. So, leid, das ist natürlich schon da. So, es ist schon ein bisschen einfacher. So, es geht doch schon einiges einfacher. Ui! Fast völlig reingefallen. Fast völlig reingefallen. So geht's. Schöne Lampe, eine Lampe, eine wunderschöne Lampe, also gut, dann muss ich mal sagen, weiter geht's. So. 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 Aber ich geh euch zu blöd dafür. So... Weite nach unten, weite nach unten Okay, da oben wäre der Eingang Ich habe aber so vieles So, sollte ich das machen? Ja, ich mach mal lieber nichts Wer weiß, vielleicht muss ich da ja nach Ja, für das wäre es natürlich gut gewesen So, auch dieses Level geschafft, sehr schön Ich habe kein Glück, ich habe kein Glück mit diesen Spielen Aber das Ding ist eben, wenn ich einmal gewinne, dann bediene ich zumindest das Zoppelte Ist natürlich auch gut Ich habe kein Glück mit diesen Spielen